hallo zusammen heute soll es um die sovian sp 33s gehen die wurde mir von sovian für ein video zur verfügung gestellt und ich gehe mal davon aus dass ich wieder einen gutscheincode für euch bekommen werde wenn dem so ist dann findet ihr den in der infobox unter dem video und der dürfte dann vermutlich wieder so ein bis zwei wochen gültig sein und dann fange ich mal gleich mit den technischen daten an die sp 33s ist der nachfolger von der sp 33 so der hatte ich bereits ein video gemacht das werde ich euch mal einblenden und die s-version hat halt im turbo modus 5000 lumen also die wird schon richtig ordentlich hell aber entsprechend auch ziemlich heiß also da vorne kann man nicht mehr anfassen nach 30 sekunden also da wird die zu heiß aus in diesem bereich außerdem regel sie irgendwann runter ich habe das mal probiert mit meiner kamera nachzumessen und sie scheint so nach etwas über eine minute runter zu regeln allerdings in so kleinen stufen dass es wirklich kaum sichtbar ist also mit dem menschlichen auge konnte ich das überhaupt nicht erkennen da habe ich meine kamera dann zu hilfe genommen und geschaut wann die belichtungszeit hoch geht im niedrigen modus hat die lampe übrigens zehn lumen und die soll sie laut handbuch 200 stunden durchhalten also schon wirklich richtig lange dann hat man fünf helligkeitsstufen also diesen niedrigsten modus oder laut handbuch eco modus dann kommt low medium high low medium high und mit einem doppelklick kommt man dann in den turbo und man kann auch umschalten zwischen diesen fünf stufen und stufenlos wenn ich jetzt vier mal drücke komme ich in den stufenlosen modus 1 2 3 4 und jetzt kann ich die lampe stufenlos heller oder dunkler schalten ist natürlich ein richtig feines darum akku zu sparen soll schalten wir wieder zurück verbaut ist eine grexap 70.2 led und durch diese relativ große led und den orange spielreflektor hat man eines der universelles lichtbild also die lampe ist gut geeignet wenn man vor sich den weg ausleuchten möchte oder wenn man was reparieren muss oder beim campen oder so also für den nahbereich oder mittleren nahbereich aber durch die 5000 lumen hat man im notfall auch ein bisschen reichweite ist natürlich keine reichweiten monster aber so kann man auch mal ein bisschen weiter mit leuchten der kandela werte da angegeben ist übrigens 17.450 und die lampe kommt mit einem 26 650 akku mit 5000 milliampere stunden die gewinde sind gut geschnitten der akku ist der passgenau also es dauert ein bisschen bis er die luft verdrängt hat und hier drin ist gesagt die gewinde sind leichtgängig da habe ich nichts auszusetzen und man kann die lampe über usbc aufladen also hier direkt diese gummi abdeckung aufmachen dann kann man die lampe direkt oder den akku direkt in der lampe aufladen ist natürlich eine schöne sache wenn man eh ein ladekabel fürs handy dabei hat und damit dann auch die taschenlampe aufladen kann dann habe ich mal nach gemessen und die lampe ist 12,7 cm lang gewicht mit akku 245 gramm also nicht gerade leicht aber durch den großen akku war das halt auch zu erwarten dann hat man hier eine kleine öse für ein lanyard wird übrigens auch direkt mitgeliefert also zum lieferumfang gehört ein usbc ladekabel und so eine kleine verpackung mit zwei ersatz ohrringen und also hier ist noch ein zweites und so ein kleines lanyard was man dann da durchfädeln kann was natürlich auch ganz praktisch ist bei so einer etwas größeren lampe dass man die dann ans handgelenk machen kann also ich denke das würde den ein oder anderen freuen dann habe ich mal mit meiner kamera nach gemessen und ich komme auf 6200 kelvin und einen grünstich von zwei das klingt erstmal relativ gut allerdings sieht man in der praxis doch einen gewissen grünstich also hier in der mitte da geht es aber so im äußeren bereich da ist der grünstich doch schon deutlich sichtbar ein paar praxisaufnahmen habe ich auch gemacht die werde ich euch mal gleich einblenden so so Untertitelung. BR 2018 Dann komme ich mal zum Fazit. Was mir sehr gut gefällt ist, wie universell das Lichtbild ist. Also ist wirklich gut geeignet, um vor sich den Weg auszuleuchten oder im mittleren Nahbereich. Und zur Not hat man auch noch ein bisschen Luft nach oben. Also wenn man die für Fotos verwenden möchte oder bei einem Lost Place oder so. Also da kann man dann auch mit 5000 Lumen noch einiges erreichen. Dann gefällt mir auch noch relativ gut die Größe. Also die kann man relativ gut noch mitnehmen. Also die passen auch in die Jackentasche zur Not. Im Rucksack sowieso kein Problem. In der Hand liegt die auch sehr angenehm von der Größe. Also es ist eine ordentliche Größe. Was ich halt nicht so gerne mag, sind diese Lampen mit 3 oder 4 18, 6,50er Akkus. Die liegen dann nicht mehr so gut in der Hand. Die liegt halt noch angenehm in der Hand. Dann gefällt mir auch noch richtig gut, dass man umschalten kann zwischen diesen 5 Helligkeitsstufen und einer stufenlosen Bedienung. Allein schon, weil ich die Lampe dann immer genauso hell einstellen kann, wie ich es gerade brauche. Und damit habe ich dann eine längere Akkulaufzeit. Also wenn ich zum Beispiel 200 Lumen brauche, dann ist es möglich, die in dem stufenlosen Modus genauso einzustellen. Und dann muss ich nicht irgendwie eine Stufe heller wählen. Also meinetwegen 600 Lumen. Und damit spare ich dann halt eben Akkulaufzeit ein. Also das finde ich einfach immer eine richtig schöne Sache. Einen kleinen Kritikpunkt habe ich auch. Und zwar hatte ich die bei einer kleinen Tour durch den Wald dabei gehabt. Und hatte immer wieder Probleme, den Schalter hier zu finden. Er hebt sich nicht ausreichend haptisch von diesen Kühlreppen ab. Also die Kühlreppen sind so ein bisschen kantig. Und der Schalter ist ein bisschen kantig. Und dann habe ich den immer wieder gesucht und nicht gleich gefunden. Das hat mich ein bisschen genervt. Es gibt allerdings die Möglichkeit, diese LED hier anzuschalten. Damit ist das Problem dann behoben, indem man einfach fünfmal drückt. Also 1, 2, 3, 4, 5. Und dann ist der an. Und dann findet man den Schalter auch relativ schnell im Dunkeln. Ich hätte es allerdings trotzdem besser gefunden, wenn der Schalter ein bisschen größer wäre. Dass man ihn einfach auch ein bisschen schneller tasten kann. Abgesehen davon gefällt mir die Lampe aber ganz gut. Es ist ein rundes Paket. Er kriegt einen Akku mit, mit einer ordentlichen Laufzeit. Lichtbild ist sehr angenehm. Kann hier ein bisschen was einstellen. Kann umstellen zwischen stufen- und stufenloser Bedienung. Und ja, der Preis geht auch in Ordnung. Verarbeitungsqualität geht in Ordnung. Also im Grunde, wie man es eigentlich von den so vielen Lampen gewohnt ist. Einzig, die Optik ist ein bisschen schlicht. Dem einen oder anderen gefällt es mir die Sicherheit auch. Also ich würde es halt ganz gerne sehen, wenn die Lampen ein bisschen aufregender wären. Allein schon vielleicht mit einer knalligen Farbe. Oder die Green, Orange, was auch immer. Also dass man da irgendwie noch ein bisschen was fürs Auge hat. Vielleicht zum Vergleich noch ein paar andere Lampen. Als erstes die IF22A. Die ist ja recht bekannt. Von der Größe relativ ähnlich. Die hat halt einen breiteren Kopf. Ist hier hinten ein bisschen schmaler. Aber so von der Größenordnung, dass ihr euch ein Bild davon machen könnt, relativ ähnlich. Dann habe ich von so vielen auch noch gerade so eine kleine Stirnlampe dabei. Die HS40. Die ist natürlich ein Stückchen kleiner. Dann die SIGA 3 Pro von Olight. Die ist ja auch recht bekannt. Die ist vielleicht 5 mm länger. Dafür ein bisschen schmaler. Also das Akkurohr hier ist ein bisschen schmaler, weil da ein kleinerer Akku drin ist. Der Lampenkopf vorne ist ein bisschen größer. Aber so grob würde ich sagen, die gleiche Größenklasse. Dann noch von Bryonite eine 18650er Lampe. Die ist deutlich schmaler, aber dafür ein Stückchen länger. Ja, nur damit ihr euch einen Eindruck davon machen könnt, wie groß die Lampe ist. Das soll es dann auch schon wieder gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Abo freuen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.